Guten Tag, mein Name ist Holger Erbe, ich bin Geschäftsführer der HSB Akademie und ich würde Ihnen sehr gerne mal unsere Kurse vorstellen, unsere Akademie vorstellen und die ganzen Vorteile, die Sie haben, wenn Sie bei der HSB Akademie lernen und eine Weiterbildung besuchen. Und dazu möchte ich die kommenden Minuten einfach nutzen, Ihnen unsere Kurse vorzustellen und auch unsere Medien wie die LAM-Plattform und auch wie den Online-Campus. Bevor wir damit starten, noch ein paar Hinweise vielleicht zu uns, etwas Wissenswertes. Wir sind also ein Pernschulanbieter im Bereich Online-Marketing, im Bereich Immobilienmanagement, Personalwirtschaft und auch Salesmanagement. Wir legen einen ganz besonderen Wert darauf, dass alle Dozenten, die Sie unterrichten, praktischen Bezug haben. Das heißt, alle Dozenten arbeiten in Unternehmen oder haben selber Unternehmen in dem Bereich, in dem Sie hier auch ausbilden, sodass Sie natürlich eine ungeheuer praxisrelevante und praxisnahe Ausbildung bekommen und nicht nur pure Theorie vermittelt, sondern natürlich immer den Bezug zu dem, was auch in Ihrem beruflichen Umfeld passiert. Wir sind von der ZDFU, der Zentralstelle für Fernunterricht, zugelassen und alle Kurse, die Sie bei uns besuchen, sind auch von der DEKRA-Zertification GmbH zertifiziert und schließen mit einem IHK-Zertifikat des IHK-Bildungszentrums in Dresden ab. Fernlern hat viele Vorteile. Der größte Vorteil ist natürlich das unabhängige Lernen. Das heißt, Sie selber können Ihren Lern-Tempo bestimmen. Sie können selber festlegen, wann Sie was wo lernen. Und nichtsdestotrotz haben Sie bei uns auch sogenannte Live-Online-Vorlesungen. Das heißt, wie Sie mich jetzt sehen, das wird dann eine Aufzeichnung, aber das Ganze findet auch live statt, sodass Sie dann live mit dem Dozenten arbeiten können, live auch Fragen beantwortet bekommen, die selber bei Ihnen entstehen beim Lernen. Den Praxisbezug nachfragen können, also auch Ihren eigenen beruflichen Kontext in die Ausbildung einbringen und wie gesagt, bei uns nicht nur Aufzeichnungen anschauen, sondern live auch arbeiten können. Des Weiteren haben wir separate Dozentensprechstunden. In den Dozentensprechstunden können Sie nochmal Fragen durchgehen, können auch Ihre eigenen Projekte vielleicht näher an den Bezug der Ausbildung heranbringen. Und können damit natürlich mehr für sich auch rausholen aus einem Kurs. Des Weiteren haben wir Workshops in dem Kurs drinnen. Die Workshops sind bei uns immer optional. Das heißt, die Teilnahme ist freiwillig. Stattfinden tun die Workshops in unserem Schulungszentrum in Leipzig. Wunderschön gelegen, mit ganz viel Grün ringsherum. Und ja, mit einem schönen hellen Schulungsraum. Also, dass auch das ganze Ambiente da stimmt. Abschließend die Kurse werden Sie mit einer Vor- und einer Abschlussprüfung. Das heißt, wenn Sie Ihren Kurs absolviert haben, machen Sie eine Vorprüfung. Das ist quasi die letzte Lernstandsanalyse, ob Sie auch das wirklich verstanden haben, worum es in den Kursen ging, ob Sie auch das theoretische Wissen gut aufgenommen haben. Wenn Sie die Vorprüfung absolviert haben und bestanden haben, gehen Sie in die Abschlussprüfung. Beide Prüfungen finden online statt. Das heißt, auch wieder ortsunabhängig. Sie müssen also nicht ins Schulungszentrum kommen. Darunter können Sie auch von sich aus aus Flensburg, München, Rostock, Görlitz, Dortmund, wo auch immer Sie gerade wohnen oder unterwegs sind, natürlich die Prüfung absolvieren. Am Ende, ich sagte es schon, haben Sie ein IHK-Zertifikat, das IHK-Bildungszentrum, was natürlich in der Wirtschaft sehr anerkannt ist. IHK steht natürlich für eine Qualität in der Ausbildung, die wir auch bieten. Wir haben schon sehr viele Teilnehmer bei uns in der Akademie gehabt und haben ein überwägend positives Feedback zur Ausbildung, zur Praxis relevant und auch zur Anerkennung des Zertifikats in dem beruflichen Umfeld bekommen. Des Weiteren haben Sie bei uns ein lebenslanges Zugriffsrecht auf unseren Online-Campus. Den erläutere ich nachher noch mal ganz kurz. Das heißt, das ist ein Element, wo Sie auch Ihr Wissen aktuell halten können und nicht gezwungen sind, nach zwei, drei Jahren noch mal einen Folgekurs zu besuchen, um eventuelle Wissensänderungen dann aufzufrischen. Ja, die Kurse. Welche Kurse bieten wir an? Also wir bieten natürlich sehr, sehr spannende und sehr, sehr informative und praxisrelevante Kurse an. Das erste ist im Bereich Online-Marketing, den Online-Marketing-Manager und auch den Online-Marketing-Consultant. Den gibt es exklusiv nur bei der HSB-Akademie. Die Herangehensweise beim Consultant ist die beraterische Funktion, das heißt das Grundverständnis des Online-Marketings, das Anwenden, das Analysieren von Webseiten. Und beim Online-Marketing-Manager natürlich der Management-Aspekt, das heißt das Steuern von Online-Marketing-Aktionen, von Online-Marketing-Maßnahmen. Neu haben wir auch den Content-Marketing-Manager. Content-Marketing ist ja das absolute Top-Thema zurzeit im Bereich des Online-Marketings, das heißt das Gestalten von Inhalten, das Verbinden von Inhalten mit den Webseiten, dass man also Content produziert, weil Content ja wichtig ist, gerade auch im Ranking in den großen Suchmaschinen. Des Weiteren bieten wir an den Social-Media-Manager. Social-Media-Manager, hier natürlich die gesamte Bandbreite im Kurs enthalten vom strategischen Ansatz, über die praktische Umsetzung in den Netzwerken mit einer Media-Planung und der Struktur von Mediakampagnen, also das ganze breite Feld des Social-Media-Marketings hier im Kurs vereint. Ab Oktober 2016 bieten wir auch den E-Commerce-Manager an. Hier geht es natürlich vor allen Dingen um das Platzieren von Internet-Jobs im Internet und dass man da ein gutes Ranking bekommt, dass man die rechtlichen Dinge weiß, aber vor allen Dingen den Praxisbezug, wie bekomme ich wirklich so einen Job zum Laufen, wie bekomme ich die Produkte an den Mann sozusagen über diesen Job und da haben wir auch ganz spannende Dozenten mit dem Thomas Wagner zum Beispiel und dem Sebastian Vogt, die das im Alltag jeden Tag machen und die ihnen da auf jeden Fall ganz viele Informationen geben können, Tipps geben können, sodass sie auch, wenn sie die Ausbildung abgeschlossen haben, einen Job wirklich nach vorne bringen können. Ja, im Bereich der Personalwirtschaft bieten wir die Fachkraft für Personalberatung, Personalvermittlung an und das ist so der Basiskurs für alle, die in der Personalwirtschaft tätig werden wollen, die Personalvermittlung machen, die Arbeitsvermittlung machen oder auch die Personalberatung absolvieren und anbieten dem Kunden. Das ist wie gesagt der Basiskurs und darauf aufbauend haben wir noch den Personalberater, das ist ein exklusiver Kurs bei der HSB-Akademie, also Personalberater mit IHK-Abschluss können Sie nur bei uns in der HSB-Akademie werden und da geht es dann wirklich um Themen wie Personalmarketing, wie Headhanding, wie Personalbeschaffung, Outplacement, Newplacement, also ganz viele spannende Themen wirklich im gehobenen Bereich. Ja, in der Immobilienwirtschaft haben wir auch drei sehr schöne Kurse anzubieten. Das erste ist der Immobilienmakler, also für alle, die Wohnungen an den Mann oder an die Frau bringen wollen, die Projekte betreuen zum Verkauf von Immobilien, also das ganze Umfeld des Immobilienmaklers. Dann bieten wir noch den Immobilienmanagement-Consultant an. Der hat natürlich in sich auch einen Teilbereich Immobilienmakler, aber da geht es dann auch um Themen wie Betriebskostenabrechnung, wie Wohnungsverkäufe, das Begutachten von Wohnungen und Häusern, auch viele rechtliche Hintergründe sind da drin, Facility Management ist mit drin. Also das ist so der allumfassende Kurs für alle, die in dem Bereich wollen, Immobilienverwaltung, Immobilien mit Anteilimmobilien zu vermieden oder die Vermiedung zu organisieren. Ja, dann haben wir den Facility Management Agent. Wird ja immer Facility Management fälschlicherweise nur mit Hausmeister in Verbindung gebracht und das ist natürlich nicht richtig. Facility Management sind natürlich auch solche Dinge wie Security, sind Bereiche wie die technischen Dinge in Häusern zu steuern und ganz viele weitere Punkte, auch zum Beispiel das Verpflegungsmanagement gehört mit dazu. Ja, dann bieten wir ab November 2016 den sogenannten Sales Manager an, also für alle, die im Verkauf tätig sein wollen oder im Verkauf tätig sind und noch eine Ausbildung dort möchten. Hier geht es vor allen Dingen natürlich um Themen wie, was gibt es für Kunden, wie verkaufe ich Körpersprache, rechtliche Aspekte hier natürlich auch wieder mit drin, auch wieder durchgeführt von praktischen Dozenten, die jeden Tag im Verkauf arbeiten, die Meetings dazu geben, eigene Seminarreihen haben, also hier auch wirklich der Praxisbezug, sodass Sie dann das nutzen können, wenn Sie zum Beispiel im Außendienst tätig sind, im Verkauf, im Einzelhandel oder Großhandel tätig sind. Also da denke ich mal, ist das der richtige Kurs für Sie. Und ab Oktober auch ein ganz neues Berufsfeld des Design Management. Hier geht es also für alle, die kreativ Produkte gestalten wollen und diese Produkte dann auch in den Markt reinbekommen. Begonnen auch von der Konzeption von Produkten über das Produktmanagement hin bis wirklich zum Absatz. Also ein sehr, sehr toller Kurs mit ganz vielen Informationen, auch mit tollen Dozenten, die dort unterrichten. Design Management ist, denke ich mal, so ein bisschen auch vielleicht der Geheimtipp für das Jahr 2016, 2017 für Sie. Ja, also Sie sehen, ganze Menge Kurse, sehr viele spannende Kurse. Und jetzt interessiert Sie sicherlich, wie lerne ich eigentlich bei der HSB Akademie? Und für das Lernen haben Sie zwei Dinge zur Verfügung. Das erste ist natürlich unsere Lernplattform, die Sie finden unter startaq-lernplattform.de und dann der Online-Campus. Das sind diese technischen Möglichkeiten. Nichtsdestotrotz bekommen Sie natürlich zum Kursstart noch einen wunderschönen Ordner mit Ihren Studienbriefen und den Kursinformationen und auch einem Lernplan, einem sogenannten Online-Vorlesungsplan, wo die einzelnen Themenwochen mit den Live-Vorlesungen strukturiert sind, so dass Sie daran angepasst auch Ihr Lernen natürlich organisieren können. Der Vorteil der Lernplattform Start IQ ist natürlich, dass Sie das über alle Endgeräte nutzen können, also über mobile Endgeräte, über Ihren PC können Sie das nutzen, Tablet, wie auch immer, das liegt bei Ihnen. Und auf dieser Lernplattform finden Sie die digitalisierten Studienbriefe, unterlegt mit einem Lexikon und auch mit Fragen zur Selbstkontrolle, so dass Sie also auch Fachbegriffe im thematischen Kontext erklärt bekommen und am Ende natürlich auch Fragen beantworten können, die a. natürlich schon auf die Prüfungen hinarbeiten, also es sind Prüfungsfragen, die in der Selbstkontrolle drin sind, und b. Sie können Ihren eigenen Leistungsstand kontrollieren und wissen, habe ich das verstanden, was mir in der Lektion vorher auch mitgeteilt wird. Ja, und dann haben wir den Online Campus, unser sogenanntes Social Learning Network über startiq.de. Das ist etwas, was uns auch von anderen Anbietern unterscheidet, weil unser Online Campus nicht aufgebaut ist wie eine Dokumentensammlung, sondern wir wollen wirklich das Social Learning entwickeln, den Informationsaustausch zwischen Teilnehmern untereinander, zwischen Teilnehmern und Dozenten, Dozenten untereinander und Dozenten zu Teilnehmern. Das bedeutet, dass der Online Campus auch aufgebaut ist wie ein soziales Netzwerk, also so wie Sie es auch von Facebook zum Beispiel kennen, mit den ähnlichen Funktionen, also eine Timeline ist da drin, Sie können dort Ihr eigenes Profil erstellen mit Titelbild, mit Informationen zu sich, Sie können Nachrichten austauschen, Sie können eigenes Wissen posten und auch Wissen der anderen, gepostetes Wissen der anderen natürlich lesen und anschauen. Sie können, wenn Sie im Campus drin sind, auch an sogenannten kostenfreien Spezialseminaren teilnehmen. Das heißt, wir bieten natürlich für unsere Teilnehmer auch nach dem Kurs, den Sie besuchen, an, Spezialseminare zu besuchen. Die sind meistens kursübergreifend zu spannenden Themen, sei es Männchen, sei es Vertrieb, Neukundenakquise. Das sind also alles Themen, die natürlich für alle Berufsfelder gelten und die für Sie kostenfrei sind, können Sie kostenlos daran teilnehmen. Der Vorteil ist, dass alle Unterlagen, die im Campus bereitgestellt werden, also wie die Aufzeichnung der Online-Vorlesung, die Skripte, die Studienbriefe, und das alles, das immer wieder aktualisiert wird. Das heißt, wenn Sie den Kurs eine Zeit lang verlassen haben und müssen sich wieder mit einem Thema beschäftigen und erinnern sich, oh, da hatte ich mal was bei der HSB-Akademie, können Sie also auf den Campus wieder reingehen in Ihre Studiengruppe und dort genau schauen, okay, jetzt mit dem Stand heute, wie ist da das Wissen rund um das Thema. Das heißt, immer wieder eine Auffrischung des Wissens. Ihr Wissen veraltet bei uns nicht, auch wenn Änderungen in den Studienbriefen sind, werden die Ihnen dort bereitgestellt. Sie können die also ausdrucken und auch Ihren Ordner, wenn Sie den weiter pflegen, natürlich aktuell halten. Nutzen können Sie den Campus über alle Endgeräte, über den PC, über das Smartphone, über das Tablet. Es ist also auch so optimiert, dass Sie ähnlich wie Sie es mit WhatsApp oder mit Facebook machen, natürlich auch ganz bequem mit dem Smartphone dort posten können, Nachrichten lesen können, miteinander chatten können. Also das alles die Funktionen, die heutzutage natürlich ein soziales Netzwerk ausmachen, sind auch in unserem Social Learning Network natürlich vorhanden. Ja, ganz viele Informationen und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und wenn Sie Fragen haben, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn Sie sich bei unserer Studienbetreuung melden. Die Nummer habe ich hier eingeblendet oder uns eine E-Mail schicken, dann können wir Ihnen noch mehr Kursinformationsmaterial natürlich zuschicken. Wem unsere Akademie sympathisch ist, der kann gerne uns auch über Facebook liken, da freuen wir uns auch. Da werden also auch immer wieder Informationen gebracht und da können Sie sehen, wie ist das Leben in der HSB Akademie, wer ist da alles mit dabei und wie funktioniert das. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und freue mich auf Ihre Nachricht, auf Ihren Kontakt und bis dahin eine schöne Zeit.